Die hochwertigen Garagentore von Feldmann kennen Sie schon. Aber wie wäre es, wenn Sie einmal den Blickwinkel etwas verändern und unsere Seitenlauftore betrachten? Seitenlauftore von Feldmann sorgen für einen rundum edlen Auftritt. Sie sind technisch hochwertig und ganz besonders praktisch. Mit einem Feldmann-Seitenlauftor haben Sie keinerlei Raumverlust in der lichten Durchfahrtsbreite und Höhe und kein Platzverlust vor oder hinter dem Garagentor. Das sieht nicht nur besonders hervorragend aus, sondern bietet auch hohen Nutzwert. Sie gewinnen viel Platz unter der Garagendecke, denn dank der seitlichen Toröffnung bleibt diese uneingeschränkt nutzbar. Und durch diese besondere Bauart ist das Seitenlauftor auch bei schwierigen Einbauverhältnissen wie Dachschrägen einsetzbar. Die Fertigung ist millimetergenau auf Ihren Bedarf abgestimmt und die Montage sauber, schnell und präzise. Sie werden Ihr Feldmann-Seitenlauftor genießen, denn es ist absolut angenehm zu bedienen. Es verschafft Ihnen einen schnelleren Zutritt in die Garage, denn Sie brauchen das Tor nur ein Stück weit zu öffnen, um einzudrehen. Die Schlupftörfunktion ist also serienmäßig. Beim Reingehen wie beim Rausgehen. Und das macht einfach nur Spaß.